Grüß dich lieber Zuseher, sehr geehrtes Mitglied der Max-Toolshop-Community. Wir Verwender eines 20mm-Loch-Rasters suchen ja alle bei denen das tolle Hilfe, das tolle Gadget, dass die Arbeit darauf noch komfortabler und noch einfacher wird, einfach weil der Loch-Raster so viele Möglichkeiten bietet. Und da habe ich heuer im Frühjahr, also im Frühjahr 2022, in einer Presseaussendung von Bessi die WNS-Niederzugspanner, so heißen die, die haben nämlich einen ganz witzigen Namen, entdeckt und habe diese gleich geordert. Und eine Halbzeit später sind sie endlich angekommen, sodass wir die natürlich euch jetzt anbieten können und eben auch das Video machen können. Der Status quo ist aktuell das, dass Festool eben so Spannelemente, die haben sie ein bisschen einfacher bezeichnet, anbieten. Da ist auch relativ ein einfacher Mechanismus drinnen. Und ich kann euch sagen, Festool gibt da auch keine Spannkraft an, wie es die Bessi sind, sondern da ist das, sage ich mal, sehr einfach geworden mit, hey, die kannst du verwenden und dann kannst du ein Werkstück spannen. Bessi sagt, wir haben da einen patentierten Mechanismus drinnen, zu dem kommt man dann auch, was da kann. Und sie geben eine Spannkraft dann von 75 Kilo, sprich 750 Newton. Der Lieferumfang ist bei beiden ident, sprich, ich habe bei beiden auch mit zwei so Bankhaken dabei. Die Bessi-Variante ist ohne dem Gummibelag drauf. Da kann ich euch aber aus Erfahrung sagen, der Gummibelag geht euch irgendwann einmal runter, dann könnt ihr ihn immer gescheit aufkleben. Kostasersatz, ein furchtbares Geld, der Gummibelag, und die meisten tun dann nichts mehr drauf herum. Bei meinen eigenen Spannelementen fehlen die eigentlich überall und ich tue auch nichts mehr drauf, weil es mir zu blöd ist. Auf jeden Fall, die Bessi-Variante, die ist niedriger, da sind wir bei ca. 14 Millimeter. Die Fessol-Variante ist ein bisschen höher, da sind wir dann bei gut 16, 17 Millimeter Gesamthöhe. Dann habe ich natürlich zwei Spanner dabei, schauen so aus, dass die Fessol ein bisschen einfacher sind, die Bessi sind klobiger, der Spannweg ist in Summe aber, sage ich mal, gleich. Das heißt, auch die Baulänge ist gleich zum Verwenden und macht so keinen großen Unterschied. Was auch dabei ist, sind bei beiden Sets eben so vier, jeweils vier Fixierschrauben, Rändelschrauben. Da ist die Frage aber oft, muss ich die Spanner fixieren? Und da ist die einfache Antwort, ja, wenn dein Lochraster kaputt ist. Sprich, wenn dein Loch z.B. schon beschädigt ist oder nicht mehr ganz passt und dir die Spanner einfach beim Fixieren schon aus dem Loch rauskommen, dann ist es gescheit, wenn du es fixierst. Wenn das nicht der Fall ist, weil der Lochraster eh aktuell ist bei dir oder keine Beschädigungen aufweist, dann brauchst du es nicht fixieren. Außer du willst es fixieren, dann darfst du es natürlich immer fixieren. Verwendet werden solche Spanner, dass man eben unterschiedliche geometrische Formen spannen kann, ob es jetzt kreisrund ist, weil du in die Pizzabrettproduktion einsteigen mögst oder du hast natürlich so kleine rechteckige, es gingen quadratische Sachen, Trapeze habe ich schon gespannt, also wirklich sehr vielfältig die Möglichkeit. In der Regel, sobald du es von vier Seiten irgendwo fixieren kannst, kannst du jedes Material oder jedes Werkstück drauf einfach spannen. Fangen wir mit der Fessol-Variante an. Die Vorgehensweise ist so, dass ich natürlich einmal meinen Bankhaken habe, den was ich da reingebe, dann habe ich mein Material, das was ich spannen will und dann habe ich natürlich einmal meinen Spanner. Gehen wir da ein bisschen rüber, dass wir nicht so viel weh haben, auf jeden Fall drücke ich den Hinternhebel oder die Spannbacke gegen das Material und dann habe ich da einen Exzenterhebel, dass ich das Ganze fixieren kann. Und da muss ich schon einmal ein wenig viel Kraft aufwenden bei den Fessol-Varianten, dass ich da gut spannen kann, weil sonst die Kraft da ein wenig überschaubar bleibt. Was aber oft passiert bei den Fessol-Varianten, dass man das Material nach oben drückt, gerade wenn du eben nichts fixierst oder wenn du nur eine Hand hast, dann passiert es einfach oft und gern, dass das Material nach oben kommt. Ist auch für viele Anwendungen eigentlich total wurscht, Hauptsache du kannst es schnell fixieren und gerade wenn du beide Spanner nimmst, wird es sowieso ein bisschen besser. Nur, was halt oft und gern passiert, auch gerade beim Schleifen durch die Vibrationen, dass ich das Material einfach nach oben weghebe, gerade wenn das Material nicht ganz plan ist, weil es halt wie gesagt, da so ein Pizzabrett zum Schleifen hat, dann kann es einfach passieren, dass sich das Material leicht weghebe. Da hat sich aber besser gedacht, das können wir deutlich besser. Ich habe natürlich einmal meinen Bankhaken, schlage das Ganze da an, habe meinen Spanner, da tue ich halt auch noch hinten dagegen drücken und dann brauche ich nur mit einer Hand das Ganze fixieren und ich merke gleich mal, dass viel mehr Kraft drauf geht, das heißt, das Werkstück ist viel besser gesichert und man hebt es nach oben nicht weg. Das ist bei den Fessel-Varianten, wie zuerst gesagt, und erklärt so, dass wenn ich den Mechanismus schließe, dass das Werkstück meistens aufsteigt. Bei den Bessi-Varianten, das ist der patentierte Mechanismus da drinnen, da bleibt es eben plan auf der Oberfläche liegen. Und ich habe natürlich eine deutlich höhere Spannkraft, ich kann das jetzt wirklich nicht einfach so nach oben wegnehmen. Also da, wie ihr seht, habe ich wirklich da, jetzt geht es einmal, weil der Bankhaken rausgeht, aber sonst, dass einfach die Spannkraft so schwach ist und das Werkstück nach oben weggeht, das passiert mir da wirklich nicht. Was auch ziemlich toll ist, ist natürlich für andere geometrische Formen, wie zum Beispiel eben da so kreisrunde Geschichten, dann kann ich die auch einfach spannen und ich kann auch wirklich schnell arbeiten, weil ich mit einer Hand auch das Ganze machen kann. Ich brauche da nicht allebei mit einer Hand hinten drücken, dass ich die Spannkraft aufbaue, sondern ich brauche da nur, ja, schließen und kann jetzt da mein Werkstück wirklich ordentlich und fest fixieren. Last but not least, haben wir noch ein tolles Feature und das ist der Preis. Ich kann euch sagen, die Bessi-Varianten kosten um ein Eck weniger, als wie die Fessol-Variante. Sprich, du hast das bessere Produkt zu einem günstigerem Preis von einem richtig coolen Händler. Du hast dreimal gewungen. Sprich, wenn du die Spanne-Elemente kaufen willst, findest du es natürlich gerne bei uns im Shop und dabei in der Videobeschreibung ist der Link oder in der Infobox, da kannst du einfach hinklicken, dann kannst du es bei uns auf der Produktseite unverbindlich anschauen und wenn wir die überzeugt haben, kannst du es gerne bei uns kaufen. Hast du aber noch Fragen zu dem Produkt, kannst du uns gerne anrufen, eine E-Mail schreiben oder deine Frage natürlich in den Videokommentaren posten. Somit sage ich auch schon Danke fürs Zuschauen. Habt viel Spaß beim Holzwerken. Tätts sicher arbeiten in euch in einer Werkstatt, holt's euch die Fingern. Also pfiert euch. Danke. Eure Mail.